Das kann jetzt nicht wahr sein oder was? 2-0 oder was? Ist ja geil, aber man! Stehe ich hinten und denke mir, in der ersten Minute nach der Halbzeit passiert doch nichts. Hopp da hinten jetzt am Backhof und holen wir ein Essen! Komm schon, komm schon! Zieler, ich glaub an dich! In die Verlängerung! Ja! Ja! Ja, Mann! Buffelt da viel Frust ab! Fucking Hellwort ist spannend! Aber der, ich mir das Rot gibt, alter! Alter Dicker, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Es geht da eigentlich gerade ab. Es geht hier eigentlich gerade ab. Es geht dann jetzt hier eigentlich ab. 4-0, what the fuck, alter. Ja, Junge! Was eine Bude, Tommy, alter! Was eine Bude, alter! Da ist es doch! Game over! Da ist der Auswärtssieg! Ja, alter! 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 Ja, alter!